Unsere Beobachtungs- und Verkehrsspiegel erhalten Sie in verschiedenen Ausführungen für jeden Einsatzzweck. Dieser halbkugelförmige Rundumsichtsspiegel Panorama ist federleicht und stoßfest. Die Montage ist sehr einfach. Er lässt sich direkt an gerade Flächen schrauben oder mit dem Zubehörmontageset freihängend befestigen. Er bietet Ihnen im Innenbereich verzerrungsfreie 360-Grad-Sicht und ist somit ideal für Verkehrswege mit Staplerverkehr. Dadurch wird der Verkehrsfluss beschleunigt und Unfälle verhindert. Dies ist ein Weitwinkel-Rückspiegel aus schlagfestem Kunststoff für fast jeden Stapler. Durch das Kugelgelenk ist die stufenlose und individuelle Einstellung des Spiegels möglich. Der Spiegel bietet Ihnen mehr Sicherheit durch das 180-Grad-Sichtfeld. Gerade beim Rückwärtsfahren haben Sie alles im Blick. Der Verkehrsspiegel Diamond hat eine gleichmäßig gewölbte Spiegelfläche aus Sicherheitsglas. Das ermöglicht Ihnen die sichere Beobachtung des Lagerverkehrs. Der rot-weiß reflektierende Rand weist auch bei dunklen Lichtverhältnissen auf den Spiegel hin. Unsere verschiedenen Spiegel eignen sich unter anderem für Produktionshallen, Lager und Verkaufsräume.